Wir haben den Objektiv-Button gepflegt. Wir haben den Objektiv-Appeln verabschiedet. Wir haben den Objektiv-Appeln verabschiedet. Oh Mann, wie schnell der mich auch immer downkriegt mit seiner hässlichen Bastard-Waffe. Ganz ehrlich, wenn ich diese Scheiß-Waffe spiele, dann passiert überhaupt nichts. Mann, es ist so nervig, Alter. Die ganze Zeit immer das Gleiche. Wenn du die Waffen spielst, sind die total scheiße. Wenn die Gegner das spielen, One-Hit, obwohl es kein Headshot ist. Mann, wir müssen das Ding deffen. Ne, Leute, kommt jetzt hier. Ja, komm, wieder nicht getroffen. Freut man sich wieder. Äh, treffe ich den überhaupt nochmal, irgendwie? Was soll das, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Der Wichser hat noch 74, dieser Hurensohn. Ganz ehrlich, zwei Leute gehen drauf und er rennt einfach fröhlich weiter, oder was? Das kann echt nicht wahr sein, ganz ehrlich. Da spricht schon mehr die Logik aus dem Spiel. Natürlich verlieren wir den Punkt jetzt. Ist ja auch ganz klar, das ist das Dankeschön dafür, dass man sich Mühe gibt. Ja, es ist schön, es ist immer nur schön. Oh, lauf doch hier rüber, du Hundesohn! Ein Schuss haben wir noch, komm laden nach! Natürlich nichts gebracht. Wenn das von unseren Leuten... Gegend mit einem Schubschrack. Etwas. Die Geisernsohnung haben wir ins Werkzeug ersetzt. Und wie soll man das ganze entdeffen, wenn, hier, nur noch Panzer kommen. Wo sind unsere Panzers, verdammt nochmal? der panzer einsparen warum kann es vergessen da kommen wir gar nicht mehr hin zu dem punkt lauf doch hier rüber du drecks kind man ja wirft echt los ich sehe auch nichts ich sehe überhaupt nichts er hat mich trotzdem getroffen obwohl ich schon hinter der wand war und er hinter mir gerannt ist okay ich glaube zu viel battlefield freunde macht euch schlecht glaube ich also bei mir ist glaube ich gerade zu der fall zu viel battlefield macht euch schlecht die konzentration ist irgendwie weg glaube ich also unbewusst weg ich will zwar noch unbedingt ja aber wahrscheinlich kennt es viele von euch wenn man zwar unbedingt noch will aber irgendwie klappt nichts mehr genauso fühle ich mich jetzt gerade ich gebe mir mühe und möchte aber irgendwie haut es nicht hin und wenn da kein anderer mit drauf geht wird es natürlich nichts ich weiß nicht ob den das bewusst ist kann mir bitte mal jemand sagen warum der typ wenn er noch vor mir steht also noch meter vor mir ist mich tötet ich weiß jetzt kommen viele der hat mich umgerannt aber ganz ehrlich das fährt war doch noch gar nicht dort das fährt war doch noch gar nicht dort die spawn punkte auswählen verstehe ich auch nicht ist für mich sinnlos weil jedes mal wenn ich die auswählen vor nicht woanders man kann der name ist fest ein name ist best warum treffe ich jetzt nicht ich mache lieber den hier der scheiß stein alter warum stirbt er nicht geh doch komm 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 lad nach lad nach lad nach warte 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 haben wir auch nice kann mal jemand das scheiß warum ist das fahrzeug immer noch nicht kaputt jetzt haben wir es oder alter hat sich das ding wieder repariert alles klar es hat sich wieder repariert wie auch immer ja natürlich haben wir es wieder verloren es war wieder so klar ist doch scheiße jetzt ist kaputt nur eine stunde zu spät eine stunde zu spät kaputt fick dich panerastet jetzt da unten scheint noch irgendwo jemand zu sein schönes ding alter scheiße er hat sich hingelegt irgendwo er hat sich hingelegt irgendwo diesen run anzufangen schöner da von hier oben headshot mit der handwaffe ist so geil ja er stirbt nicht scheiße 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 ist das geil leute natürlich natürlich ganz klar ganz klar logisch und klar tun wir halt von hier wenn es geht passen dass der type nicht hochkommt da unten scheiße ist nicht jemand schönes ding getroffen nur nicht getötet alter warum habe ich den jetzt nicht getroffen jetzt brauche ich aber streng munition ansonsten scheiße alles klar okay er kann gut zielen aber sagen wir mal so wir hätten eh munition gebraucht 12 5 wir haben gut aufgeholt alter wir haben gut aufgeholt und wir haben auch einige getötet gerade war geil gewesen war eine geile runde mein typ jetzt weiter fährt dann können wir glaube ich was reißen wenn ich glaube er will nicht weiß nicht äh okay er stellt sich total geil hin da steige ich mal aus denn das bringt mir leider nichts so wie er steht alter die haben uns schon wieder so weit zurück gedrängt ist doch scheiße es stimmt die sind aber basterd mal headshot nice komm lass nach, komm lass nach, komm lass nach, komm lass nach alter scheiße nicht getroffen kommt Leute ihr müsst ihn holen Das ist scheiße, der Typ hat sich jetzt da versteckt Nicht, dass er uns jetzt holt hier Das ist voll scheiße, dass der jetzt da oben ist Weil irgendwo hockt der da oben jetzt Ich glaube, der ist tot Aber es war, glaube ich, nicht der Der andere, der ist immer noch da oben Höchstwahrscheinlich Ja Mann, leck mich doch, Alter Strahl auf doch, Mann Scheiße Oh shit Von wem bist du jetzt gestorben? Oh Mann Ist doch scheiße Fuck Ich meine, wir müssen ja weiter zurück Wir haben ja gar keine andere Chance, ja Wir haben ja echt gar keine andere Chance Als weiter zurückzugehen Alter Oder hat der Snipe wieder jemand? Komm, lad nach Oh, komm Oh Mann Leg die doch Typ, der kommt von hinten Höchstwahrscheinlich, oder? Ich habe doch gerade hier einen gesehen Das war doch bestimmt der Typ Das ist unser Schrei nicht so Kollege Oh shit Oh, wo ballert der? Von wo denn? Wie kann der mich denn treffen, bitte? Komm, 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 komm Okay, der ist weg Oben ist auch weg Ist ja ein bisschen riskant hier, finde ich Weil du nicht genau weißt, wo der Typ hockt Oh, der ist verdammt weit weg Oh, 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 oh Der ist verdammt weit weg Aber ich glaube, er ist tot Wir haben immer noch den Punkt hier unten Aber ich bezweifle irgendwie, dass wir den noch halten werden Er stirbt nicht Er will einfach nicht sterben Ja Scheiße, 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 scheiße Ah, fuck, Mann Schon wieder verkackt Das ist doch scheiße Verdammter Scheiß Und rechts kommen sie auch mit ihren Fahrzeugen Totaler Kack Oh, ja, die Position hier ist auch schon wieder episch Nochmal zu B Alles klar Oh, los, 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 los Alter, von wo denn? Schön Oh, shit Von da einer kommt er natürlich gewonnen Komm, 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 deft mich doch, Mann Oh, Leute, macht hinne 19,5, gar nicht so schlecht Macht hinne, Leute, kommt Deftes Ding, Alter Ich glaube, wir nehmen jetzt eine andere Waffe, Leute Nehmen wir Supporter nochmal Komm schon, komm schon, komm schon Ist das denn euer Ernst, Mann? Mach da aus dem... Ach, kaum packe ich die Sniper weg, weißt Kommt aus dem Fenster wieder einer Alter, haben wir überhaupt schon mal eine Runde gewonnen jetzt? Ich glaube, eine haben wir gewonnen, oder? Die letzten Parts Eine einzige, glaube ich Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut Da oben war jemand drin Alter, wie verhält er aus? Wie verhält er aus? Wie verhält er aus? Ah, jetzt, Leute, ganz ehrlich Wie verhält er aus? Wie verhält er aus? Ah, das war jetzt echt mega übertrieben Habt ihr das gerade gesehen? Wie viel Schuss er von meiner Waffe ausgehalten hat? Und genau das ist das, was mich stört, weißt Die Sniper, die macht so viel Schaden Und die MPs, was auch immer Da halten die 20 Schuss aus Wenn ich jemand mit 20 Schuss durch Löcher Weiß ich nicht, ob der noch lebt, genau Vielleicht Rambo, aber normal sterb ich ja nicht Schon recht witzig Kannst du nicht hier raus? Okay, ja, kann ich hier raus? Mach die Tür auf Schleunig's Die halten viel zu viel aus Halten viel zu viel aus, 3-1 Komm schon Ding, 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 ding Na los Wo bin ich? Oh scheiße, hier holen sich die Base Ah, Mann Schaffen wir nicht mehr Ist zu arg umkämpft Wir müssen die viel weiter zurückdrängen Ansonsten haben wir keine Chance Wir müssen die viel weiter zurückdrängen Es sind ja unsere Leute dort Aber die schaffen es nicht mehr Oh, lass mich doch noch weiter wegspawn, Mann Lass mich doch noch weiter wegspawn Alter, wir haben es echt geschafft Komm schon Ding, 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 ding Geil, Mann, bis jetzt ist geil Sau nice, Mann Bis jetzt haben wir es wieder eingenommen Gleich ein bisschen zurückdrängen Gleich ein bisschen zurückdrängen Ist hier gar keine Chance Da haben wir großartig wieder vorzukommen Natürlich blöd, wenn ich jetzt alle irgendwo verschanzen Oh, da oben, fuck Nein Ah, reicht nicht Oh, shit Ah, Mann, scheiße Komm, 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 das schaffen wir noch Mal noch 18 Los Komm schon, spawnen wieder Spawnen Oh, ne Sniper Geil Oh, shit Ich glaube, der kommt hier durch Doch nicht Und wieder habe ich auf meine Leute gesetzt Und es hat nicht funktioniert Zweiter, 25, 12 Gut, würde ich sagen Also gar nicht so verkehrt Noch neun Kills, Leute Dann haben wir es Noch neun Kills Dann haben wir gewonnen Das snipet jemand Oh, da steht jemand in der Ecke, Mann Oh, kann man solche Leute bitte gleich kicken Ah, vielleicht hat er sich auch gerade Buss ein bisschen gereckt Also Leute, die auch wenn sie voll sind Nur kämpfen Das stört mich ja tierisch Mit Sniper, gut Da ist es vielleicht ein bisschen was anderes Aber mit einer MP oder so Das ist nervig, ja Moli, das Ding zurück, los Oh, holst du zurück Oh, jetzt ist gestorben Scheiße Oh, nice Wir haben es geschafft, oder? Ja, Mann Geiles Ding, geiles Ding Neun von zehn Also neun von zehn verloren, aber Trotzdem geil Richtig geil, Leute Okay, Freunde Gut, dann machen wir Schluss mit der Folge Ich bedanke mich fürs Zuschauen Ich fand es trotzdem wieder geil Ich fand, wir waren auch gar nicht so schlecht Und, ähm Ja, dann schaltet in der nächsten Folge wieder ein Lasst einen Daumen hoch da Teilt das Video Kommentieren nicht vergessen, bitte Und abonnieren wir natürlich auch extrem geil Vielen, vielen Dank dafür, Leute Haut rein Servus Ich bedanke mich Und dann machen wir uns Und dann machen wir alles deep ein